Ist es der Popstar oder ist es B, der Popstar oder ist es C, der Kingstar? Wie jeder weiß, es ist Köln ein guter Singer als der Popstar. Wenn du sagst, Köln ist ein guter Singer, sehr gut, dann locken wir das ein. Habe ich für einen Pummelgesuch? Popstar. Oh, vollkommen lustig. Hat sich hier vermehrt nicht den Tor unterhalten lassen. Achso, ja, okay. Kann man ja das probieren. So, wir gucken mal direkt ins Köln. Maximilian, die letzte Agivo-Figur, die wir im Staubkranz. Ein toller Typ, verbirgt sich hinter dem Zirinder. Ja. Mario, der fehlt natürlich auch in der Saablog. Ich sehe einen Grinsen auf dein Gericht. Der muss mitgenommen werden. Komm, das machen wir noch. Wir machen Deutschland zu Super Mario World und reduzieren dadurch die Anzahl deutscher Burgen von Antwort A. 20.000 Burgen auf 7 Burgen. 2.000 Burgen auf 8 Burgen. Oder sind es 10 und 200 Burgen auf 9 Burgen? Ja, jetzt kommt die Frage. Also, die Frage, denke ich mal, die sich da hinterher vermuten ist, wie viele Burgen gibt es in Super Mario World? Ja. Dementsprechend nicht meine ersten Zahl verunsichern lassen. Sind das 7, 8 oder 9? Du würdest A sagen. Nein. Okay. 20.000 Burgen. Wir locken ein. Hast du so ein Gefühl, dass es 7 sind? Ja. Ja. Vollkommen richtig. Hast du super gemacht, Maximilian. Sehr schön. Dementsprechend auch die letzte Avivo-Figur in deine Tüte mit 3, 6 von 7 abgestaubt. Sehr gut gemacht. Respekt, mein Lieber. Ich würde sagen, da Maximilian so ein super Nintendo-Fan ist, kriegt er diese Blau auf der Tour. Oder was bei dir? Ja. Ja. Komm Bank und die investment-Fan ist, das ist ein sehr, sehr glücklicheser Aus Lucy. Ich würde sagen, dass es für einen guten Aufschrauf gibt. Wir machen das mit dem Ausfluging. Ich würde sagen die Ausfluging zu klangen. Ich würde sagen, wir machen das mit der Unidos mitensprechend,